Nicht mehr lange bis zum nächsten Showdown, da fehlen uns nur noch vier Renntage und dann geht es los mit den Kings so gesagt, Drift King, Grip King, Speed King und der Drag King, diese vier Kings müssen wir besiegen, um dann Rio herauszufordern. Da geht es auch schon vorher, aber ich will das Spiel ja zu 100% durch, also den Renntag gewinnen und ja, ihr wisst schon. So, wir machen jetzt weiter mit Infineon 2, da brauchen wir einmal den Porsche, dann den Supra und den Mazda. So, natürlich werden wir jetzt erstmal in Drift fahren, weil ich habe den letzten ja total versaut. Okay, wir sind der erste geworden, aber davor, das war ein Debakel. So, wir legen los mit Drift. 64.000, 20.000 bekommen wir dafür, deswegen werden wir dann den Supra auftunen, genau. Ach ey, denn vorher, die kann man nichts aufnehmen, ey. Echt schlimm, da hat Janiken besser im PC. So. das hat er an diesen trifft die mann eigentlich nur die letzte kurve kommen kommen 4.000 3.900 ja sind es auf jeden Fall die Punktrechner Punkt Richter gefallen mir so mhm wow was geht denn ab ey ich habe keine Kontrolle über diesen scheiß Wagen hallo bleib ruhig Drecksauto mhm boah toll naja 2200 ist denn nicht schlecht das war jetzt mal richtig schlecht da gegen die Wand da gegen die Wand über gegen die Wand gefahren so Runde 3 von 3 glaube ich hoffe ihr seid zufrieden mit Full HD also das lecken tut es ja nicht nur die FPS Zahl ist etwas niedrig ich glaube das stört euch weiterhin nicht wenn nicht schreibt es in die Kommentare schlecht gedriftet macht ihr es besser ihr Penner so jetzt schon 1.000 Punkte Schluss Nito Drift nein es geht auch wieder alles versaut ey ich könnte auch mal richtig ausrasten perfektes Auto ach ich wollte 2012 machen so trotzdem gewonnen ok 8400 Punkte sind in Ordnung für den Anfang und jetzt wir haben 2 Drifts 2 Drips 3 sogar ok klasse machen wir die mal ich werde doch mal das Geld haben wenn wir jetzt unsere Autos richtig aufpumpen können weil das wird jetzt ja auch härter die Renntage werden schwerer anspruchsvoller und was weiß ich ach die Strecke ah so ein Caddy Lake ey Gott so wiedersehen so hier rum ja die Rücken hoch boah was ist denn für eine Scheißkurve bumm ach wie ein Monster Truck Action hier so die ganzen Drift Otter haben würde ich sie rumdriften so jetzt Runde 2 beginnt so dann lasst mich mal vorbei ihr habt die blaue Flagge kassiert dankeschön du dumme Wand hier gibt es keine Rückblenden wie bei Formel 1 und mh Race Driver Grid dann hau ab was ist der Schlimm mit euch hier ey hau ab platz hier ach Rudi Shen ist auch dabei hau ab haben wir das falsche Auto gekauft haben wir das falsche Auto gekauft haben wir den auch nur 11 Turbo oder auf jeden Fall auf jeden Fall auf jeden Fall ist der Porsche gefahren auf jeden Fall ist der Porsche gefahren auf jeden Fall ist der Porsche gefahren was war denn das dankeschön oh oh und ich kann die Wand noch ein bisschen die Zuschauer überfahren und dann hätten wir das boah so reinräumen lassen geschafft 9000 Punkte wird immer besser so jetzt ist da ein Drag dabei komm da muss doch einer dabei sein ah halten wir einen Drag ok den machen wir natürlich auch Infineon ach dieser Drag genau und wer fährt hier schönes mit ein Supra ne oh Gott Paul Trask ein Skyline oh das wird schwer auf jeden Fall auf jeden Fall das wird geschehen oh ach voll müde ey mir ist schon um 10 Uhr aufgestanden trotzdem müde ich bin um 4 Uhr ins Bett gegangen haha so halten mein Drag lalala 1244 ich glaube das ist unschlagbar hmm ne Bruno Hardy könnte vielleicht noch mithalten aber auch nicht mehr ich bin der King des Drifts eines Dricks das gleiche nur dass man in einen schneller ist nur in einen nur Kurven fährt und hier nur geradeaus maximaler Grip Maxi was? hab so eine ganze Zeit hochgedrückt scheiß Tastatur los kann total scheinen 1204 trotz Schlenker hm ah das Ding haben wir das sind unsere Punkte so letzte Runde beim Drag ist die Frapsam auf 30 ja und bei den anderen Typen da bei den normalen Rennen wie Drift Grip sind die auf 20 25 was labert der wäre lieb okay Laya nicht verbessert ein Versuch war schwer wir haben gewonnen 11.686 punkte 10.000 sehr schön links 5.000 noch mal ein paar und 10 noch 12.000 punkte sagen wir dass das jetzt fahren wir einmal noch auch der ist zu lang ah komm zeit fahren ja möchte ich also 93.000 ja ok da werden wir den supra dann aufmotzen vielleicht den porsche nur mit handling wenn das reicht mal sehen da ist ja schon hätten und geile kommt jetzt nur ein speilern war und nach dem spoiler passt sich zu korbett folgungen wollte ich nicht 4 25 waren die zahlen sie muss man ja auch hier man schweiß auf 30 aber größtenteils so auf 25 20 bis 30 38 sekunden schon wieder locker da haben wir schon wieder mitgenommen boah es geht ja nie ab so runde 2 gleich folgt noch die letzte ne jetzt hätte ich es mal nicht oder da sind wir auch vorhin entgegen gefahren haben wir auch Zeit verloren oh nein das tut weh Entschuldigung Ford Mustang der Mustang ja so knapp beim Zeitfahren wer verbessert sich nochmal yes gewonnen hat der nochmal 33 34 ja yes sind das schon über 12.000 Punkte nein da fehlen auch 1200 ach da fahren wir kurz ein Rift das Auto ist tot hm 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 ok 97.000 und jetzt kriegen wir nochmal 20.000 plus den Sieg plus dieses Rennen nochmal 5.000 also haben wir dann ungefähr 120 130 das ist doch schön von 50 auf 20 runter der Drift gefällt mir gar nicht ist ja das jetzt schon und was denn das alter 3000 die Monat geile Drift Strecke so die anderen hatten was hatten die so 2600 2800 mal sehen die Autos stehen in Position und er macht sich bereit das Krass zu lassen hier ist die Autos stehen in Position und er macht sich bereit das Krass zu lassen yeah schön 4.045 4.045 oh da ist jemand rausgeflogen Yoshio das ist der mit dem Subaru kein Rift Auto also halt den Möp benutze ich jetzt zum Grab zur Speed Challenge so Runde 3 von 3 verbessern wir das nochmal hier brauchen wir kein Nitro Alter 4.800 der 2.045 der 2.045 der 2.045 der 2.045 der 2.045 boah so läuft es im Business hahaha mega geil 20.000 so Geld 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 Schade 122.000 haben wir ok so speichern den Tag verlassen und wie viel Geld müssen wir bezahlen oh Gutschein und Gutschein ah kein Geld verloren jetzt haben wir den letzten Renn-Tag freigeschalten aber wir müssen noch ein paar machen so ich geh das mal raus Wagen Garage Supra Leistung und Rind damit Traktion ist installiert so wie war das jetzt hier mit dem Porsche ok da haben wir schon Stufe 3 drin Handling ah hier plus ach wir haben ja nur so wenig hier plus 78 insgesamt alter tut du 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 so Leute dann würde ich sagen sehen wir uns denn beim nächsten Mal wieder war wieder richtig spannend dann machen wir hier den letzten Renn-Tag des unteren Teils Nevada mit 4 Speed Challenge beziehungsweise Top Speed Challenge Das wird nicht sehr einfach. Freut euch denn auf nächstes Mal bei Need for Speed Pro Street.